So Leute, wir haben letztes Mal aufgehört bei Final Fantasy XIII mit Frauenpower. Und diese Folge beginnt auch wieder mit Frauenpower. Ja, wir Männer wünschen uns doch das immer mit Frauen zu spielen. Irgendwie hat es schon irgendwas an sich. Gut, äh, ich hab keinen blassen Schimmer, wo wir letztes Mal noch aufgehört haben. Auf jeden Fall, laut der Musik ist es ein bisschen friedlicher geworden hier in Palumpalum. Okay, sie haben mich... No, I don't follow... Oh mein Gott. I don't follow you, because it's dangerous to go there. Okay, ähm, ich würde eigentlich gerne noch diese Schatzkiste holen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Wie sind wir denn überhaupt hier nach unten gekommen? Also bitte. Oh mein Gott, das sind sehr viele. Oh, sie haben mich gesehen. Ja, kommt her, kommt her, lasst uns spielen. Okay. Ach so, die Musik, die bleibt sogar im Kampf so. Da muss es doch ein bisschen sehr emotional sein. Womza! Rundumschlag. Lightning ist Verheerer. Okay, könnten wir vielleicht eventuell ändern. Womz! Man ist da schnell in... Ähm, Moment. Brecher, Brecher. So. Ich schätze mal, das würde dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr bringen. Ho, ho, ho. Oh mein Gott, die sterben wie die Fliegen. Obwohl... Okay, nein, jetzt auch nicht mehr. Lightning macht dementsprechend schon ein bisschen... Zeig mal, ja. Ja, geht so. Lightning hat zwar... Ein Schwert sehr hoch, aber... Sehr viel aushalten tun sie trotzdem. Also das Aufleveln hat jetzt irgendwie nicht allzu viel gebracht, habe ich das Gefühl. Aber es ist sowieso irgendwie nur mit dem Schockzustand... Ähm... Ja, wenn man halt im Schockzustand macht, macht man schon ein bisschen mehr Schaden. Aber trotzdem, ich habe es auf Stufe 8. Das sollte dann dementsprechend schon... Dementsprechend ein bisschen mehr Schaden machen, aber... Nein! Ist nicht der Fall. Oh ja. Oh Gott, nein. Ich glaube, es geht nicht mehr allzu lange, bis wir... Oh mein Gott, ich will nicht gegen diese andere Viecher kämpfen. Jetzt haben wir Karte. Wir können hier nach hinten laufen. Aber bringt uns auch nicht. Ja, zu viel. Das komische ist, dass wir... Oh, bitte, 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 lass mich... Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, ich hasse die Mieste. Oh! Oh, oh, oh. Der hat mich gar nicht gesehen. Ah, komm her. Ähm... Achso, es sind nur zwei. Aber dafür ist es so ein voll zu... Bombs! Also, wenn Lightning ein Verheerer spielt, das macht ja verdammt viel Schockzustand. Bombs, einer weg. Kommt der Zweiter. Das macht wirklich verdammt viel. Ja, der ist hinüber. Jawohl. So muss das Kämpfen sehen. Äh, aussehen, ja. Schnell und präzise. Das nennt man Effizienz. Wie die Schweizer Uhren. Okay. Äh, nehmen diese Kiste noch mit. Weil wir schon hier sind. Äh, was haben wir hier? Schwarzkurt. Schwarzkurt macht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Schätze ich jetzt mal. Ich hab keinen Plastischemmer. Warum es schon wieder einen Speicherstillstand hier hat? Ah! Aber wir... Moment. Wo ist denn der? Achso. Ähm. Speichern wir einmal. Ähm. Das Problem ist... Ich müsste, glaube ich, den hier nehmen. Spielstern 2. So. Ich will jetzt aber mal in die Geschäfte... Nein, nicht in die Geschäfte. Ich will mal... Oder doch? Moment. Man kann doch sicher... Waffen kaufen. Ah! Da sind die Waffen. Fanal-Sturmklinge haben wir schon. Vega, Denim... Was haben wir denn sonst noch? So ein Falkenauge haben wir auch schon. Perlenflügel haben wir auch schon. Warum kann man hier Waffen kaufen, die man schon hat? Das macht irgendwie keinen Sinn. Äh. Aber Modifikationen. Das macht Sinn. Gut. Modifizieren. Achso. Wir könnten noch Accessoire modifizieren. Aber... Ähm. Jetzt muss ich gleich mal überlegen. Lightning hatte die... Nein. Was hat denn Lightning an? Ah. Gladius. Okay. Sie hat Gladius an. 67, 34, 15, 15. Das ist so eine ausgeglichene... Aratus. Oh mein Gott. Okay. ATP Plus ist eigentlich auch nicht mal so schlecht. Ähm. Der hat sie ausgerissen. Der ist ja verdammt gut. Ich verstehe das nicht. Warum man... Ich... Vergeltung Plus. Ich... Ich weiß nicht. Das hat zwar schon so etwas Spezielles daran, aber... Warum müsste man mehr EP ausgeben, obwohl diese Waffe schon ein bisschen besser ist. Mit den Angriffskraft und mit der Magiekraft. Und das hier ist halt einfach mit der Vergeltung zusammen. Ich verstehe es nicht. Attack. Attacke. ATP Plus. ATP. ATP sind diese Punkte hier. Macht irgendwie keinen Sinn, dass ich da ein bisschen mehr Schaden mache. Weil ich das fast nie gebrauche. Vergeltung. Und man bin der Rachgeer eines einstiegenden Kriegsfürsten hat sich in der Lanze manifestiert. Uh. Das klingt aber cool. Ähm. Ja. Ich glaube, ich werde das hier mal leveln. Teufelsschwinger. Aber auch nicht halt so viel. Ähm. Wir haben sehr viel Leder. Hm. EP Plus 1,5. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Oh. EP Bonus. Plus 2. Mief Secret. Moment. Jetzt muss ich mal... Isolierkabel. Das gibt 4. Genau. Nein. Gibt eigentlich auch nicht 4. Mal 2. 2000. Ja. Machen wir mal. Gut. Äh. Plus 4. Plus 4. Okay. Das wird sehr wahrscheinlich immer nur plus 4 sein. Das gibt auch nicht. Wunderwasser. 450. Schweif. Gibt auch nicht sehr viel. Ist auch nicht. Wo haben wir denn das teure Zeug? Oh. Das sieht schon besser aus. Bonus 1,75. Ich glaube, das ist schon inbegriffen. Jetzt haben wir hier. Äh. Ja. Nehmen wir mal. Dämonenschwinger. Äh. Wir brauchen ja nicht mehr allzu viel. Moment mal. Wir brauchen jetzt genau noch 34. 34. Oh. Das reicht mir gleich. Oh. Gut. Sollen wir noch was machen? Weiß nicht. Aber wir geben das Zeug einfach mal alles aus. Was wir haben. Warum nicht? Okay. EP-Bonus plus 2. Haben wir Dreckschmiere. Nehmen wir auch noch rein. EP-Bonus mal 3. Ähm. Schmutzkralle. Okay. Der EP-Bonus ist immer noch drin. Das ist gut. Immer noch drin. Wow. Super. Ähm. Dann gibt es nicht ja zu viel. Warum bleibt der EP-Bonus immer hier? Das ist verwirrend. Aufgewertet. Immer noch plus 3. Immer noch plus 3. Immer noch plus 3. Okay. Oh. Glasfader. Oh. Sehr schön. Aufgewertet. Hm. Ich werte das jetzt einfach mal alles aus. Weil ich werde danach im gewissen Teil im Verlaufe des Spiels kann man dann das Team wechseln und so. Und das wird dann der Fall sein, indem ich, ähm, ja, das Zeug halt zerlegen. Achso, wir können Waffen zerlegen und das Zeug. Eisenreif. Brauche ich eigentlich nicht einen Transformator erhalten. Ähm. Misst ihr was? Das lassen wir, glaube ich. Okay. Ich werde im Verlaufe des Spiels, werde ich dann einfach ein bisschen, also leveln ist eigentlich falsch gesagt. Man kann ja nicht leveln. Es gibt keine Levels. Aber, ich werde jetzt noch diese Ausrüstung wechseln, klingend. Und zwar, den hier kommt rein. Vergeltung plus Brot ist in Notlage. Er ist auch nicht gerade so schlecht. Jetzt haben wir hier 151. Ja, machen zwar ein bisschen weniger Schaden, aber es ist egal. Wir haben ja noch Vergeltung. Okay. Ja, im Verlaufe des Spiels werde ich danach, ähm, ein bisschen das Zeug fahren und gehen. Und, ja, das geht jetzt halt noch eine Weile. Ich glaube, das wird im Kapitel 10 oder 11 sein, wo wir, ui, wo wir dann das Team auswählen können und so. Und das wird dann, oh mein Gott. Und das wird dann halt die Zeit sein, indem ich auch offscreen noch ein paar Sachen mache. Außer sterben. Okay. Äh, Verteidiger, Heiler. Boah, warum nicht? Provozieren wir die Leute mal. So, heil dich, Lightning. Heil dich. Du kannst es. Oi. Was zum... Vital Sphäre. Heil dich. Oh mein Gott. Achso, Vital Sphäre, das heilt? Oh, das ist cool. Das wusste ich nicht. Okay, allzu viel jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. So. Ich glaube, wir sollten, glaube ich, zuerst mal versuchen. Nein, nicht der Astra Behemoth. Oh mein Gott. Ich wollte den nicht angreifen. Nein, Jommi, der Astra. So, Pseiko. Ich muss der mal zuerst töten. Weil der sehr viel Schaden macht. Und das gefällt mir nicht. Also, wenn er will. Panzerhausen. Aua. Ja, der macht... Oh, Scheiße. Das könnte jetzt vielleicht in die Hose gehen. Äh, mach was. Tötet ihn doch. Jetzt könnte es übel werden. 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 Okay, sie hat sich gehalten. Ach, du Scheiße. Mach, Himmel. Mach irgendwas. Äh. Körperangriff. Kühlerangriff? Was ist das denn? Ach so. Ähm. Ja. Vitalsphäre. Hehehe. Ich habe den falschen Knopf geflogen. Öh. Der ist jetzt eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Okay. Patzer Faust. Oh mein Gott. Oh, sie lebt noch. Warum macht sie immer Vitalsphäre? Oh mein Gott. Oh ja, ich glaube, ich muss langsam aber sicher meine Heilpotions auspacken. Nein. Ach. Heilung. Oh. Was ist mit dem los? Das sieht böse aus. Oh mein Gott. Äh. Moment. Der sieht jetzt gerade so böse aus. Hehehe. Hehehe. Tötet den endlich. Tötet ihn. Tötet ihn. Nein. Oh mein Gott. Ach du. Ach du Heiliger. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gerade nicht, wieso ich so viele Probleme habe. Oh oh. Lightning ist tot. Nein. Ich hätte schon gedacht, er will jetzt gerade Ball an. Heil irgendwas. Heil dich. Ich will doch nur den anderen mal weg haben hier. Oh oh. Oh jetzt aber. Komm. Mach den endlich mal alle. Warum greift sie nicht an? Oh. Endlich. So. Jetzt können wir uns konzentrieren auf den Behemoth. Oh mein Gott. Hey. Der war echt übel. Äh. Es ist noch nicht vorbei. Er steht auf seinem eigenen Bein. Er ist Kasten geworden. Sag mal hier. Normal, normal. Oh mein Gott. Zustandsresistenz. Einfach gegen alles. Hehehe. Eine Biestkralle. Könnten wir ergattern? Er hat leider keine Schwäche. Darum. Oh mein Gott. Los. Tu was. Mann, 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 Mann. Das ist echt übel. Jetzt wäre er im Schockzustand. Okay. Der Schockzustand, der geht noch eine Weile. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und. Oh Gott. Hör mal auf damit. Also. Wenn ein Behemoth auf die Beine kommt. Dann ist es echt übel. Aurora. Ui. Nicht schlecht, mein Freund. So. Jetzt ist aber Feierabend hier. Jetzt kommen wir mal. An den Zuge. Du bist tot. Sehr gut. Oh ja. Er hat immerhin immer noch drei Sterne gebracht. Okay. Aber leider keine Biestkralle. Oh mein Gott. Ja. Ich war sehr schlecht. Muss ich sagen. Aber. Ja. War auf jeden Fall ein cooler Kampf. Wir haben mal einen Behemoth auf den Beinen gesehen. Oh ja. 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 Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Du musst dir sein. Warum hast du mich geholfen? I was asked to keep you safe by lightning and by Nora I'm sorry what happened it was my fault I put her in danger I know that let me make things right you told me before that you couldn't and that words were useless and a lot of other things I shouldn't have said look I didn't know what to do I didn't know how to set things straight so I didn't I thought if I couldn't make up for it all the apologies in the world wouldn't mean a thing so I decided I had to find a way to pay for it first before I'd even have the right to say sorry but it's like you said I was using that as an excuse so I could run from my own guilt that hit home look hope I know what happened was my fault I don't deny it and I am sorry here that's lights isn't it I why'd you that knife was a present from Sarah to keep her safe she trusted you with something that important you should be the one to carry it I'll find a way to make things better just give me time if nothing I do is good enough then I'll take any punishment you want to dish out she's gone you can take the blame but it won't bring her back I'm sorry I knew it all along I knew it but I had to blame someone I had to I needed a reason to keep on fighting it wasn't someone's fault it was mine take it out on me and keep yourself alive until you do I have to keep going look at that you don't even need any help you're all right that's good to see just let me catch my breath hold it's the hero you want to die you can't new formation oh my god no echt jetzt ach nö nur mit hope das geht doch gar nicht äh ja das könnte jetzt ach du kacke nee das geht nicht Leute oh my god wir waffen uns einmal ich hab keine Ahnung was ich machen soll das geht doch nicht ich kann den doch nicht töten äh ich kann Berserker oder sonst irgendwas das geht einfach nicht er ist nur Verheerer ja das könnte jetzt eine Weile dauern okay ich sollte vielleicht mal äh Analyse machen schau mal heiler muss mich wieder mal auf Pratt bringen er macht nicht allzu viel Schaden das schon nicht aber trotzdem übel könnt ihr noch nie machen schauen wir mal hat es irgendwas gebracht Blitz Blitz Schwäche Blitz okay wenigstens irgendwas ja aber viel Schaden mach ich jetzt auch wieder nicht oh god muss ich hier muss ich sterben oder was und was ist das warum leuchtet der so ach so ich verstehe warum oh god äh oh mein god heil dich okay ich glaube wir müssen sterben ansonsten wäre das hier fatal komm schon kann doch nicht sein okay ähm super okay ähm ja da ach so schon gedacht das Spiel wäre abgestürzt aber nein es muss so sein gut okay ähm muss ich jetzt okay oh sehr schön aber ich bin jetzt schon ein bisschen in Panik gegraten weil ah aber das sollte jetzt eigentlich schon mal gut gehen oh mein god ich könnte sagen dass es mehr Schaden mal so wollen oh mein god hör auf damit okay wir machen mal eine schöne Formation wir hoffen es auf einmal oh mein god ähm sieht nicht gut aus es sieht nicht gut aus Gegenstande Heiltrank schnell oh nein 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 das ist falsch das ist falsch komm schon noch einmal als Sicherheit das ist echt übel jungs und mädels bitte macht was gescheites zum beispiel nein oh ich bin völlig aus dem Häuschen ich habe oh mein god ähm das war jetzt auch wieder falsch oh mein god ich bin ich bin nicht bei der Sache total nicht und das Problem ist ich kann mit mit Lightning nicht als Brüche arbeiten sondern nur als Verheerer und das gefällt mir nicht ich hasse es ich hasse es das können sie doch nicht einfach machen weil ich meine da kann man gar nichts tun und mir kann keine Paradigmen ändern oder sonst irgendwas noch hinzufügen das geht nicht warum müsst ihr alle zusammenstehen damit das scheiß Viecher alle treffen kann ich würde halt schon gerne mit Lightning als Brüche arbeiten wenn er im Schockzustand ist als Brücher aber als steilen will das spielt das nicht ich hoffe du bist zu langsam du bist zu langsam du musst mir heilen jetzt heil doch endlich ich mal oh mein Gott mein Junge jetzt werden schon wieder fast alle gestorben oh mein Gott nochmal heiltrinken Glück hab ich so viele nochmal heiltrinken weil der zu langsam ist nochmal heiltrinken weil der zu langsam ist ich krieg's nicht hin wisst ihr was Bob-Mir-Buy ah provozieren so wir gehen jetzt einfach nur noch das sieht aber auch nicht gut aus der kann ja alle angreifen Stadio-Brecher halt okay das ist das was ich will ah das geht zu lange oh okay wir müssen mal wir müssen mal aufpassen jetzt Hau drauf hoch mit dem Burschen Bombs nochmal weil ich das kann nein da ist schon wieder komm schon komm schon komm schon ich will ihn im Schockzustand haben dann kann ich mit Hope noch als Verheerer arbeiten Brecher Verheerer Verheerer macht ein bisschen mehr Schaden aber jetzt gerade brauche ich ihn als Heiler Präzisionslager oh mein Gott okay das ist gut dass der Lightning jetzt schon mal ein bisschen weg ist da greift er wenigstens nur sie an das ist schon mal gut das finde ich ein bisschen schade dass man mit den Charakteren nicht rumlaufen kann dass man zum Beispiel hinter dem Gegner kann damit ja damit da nur ein Gegner ein Verbündeter angegriffen wird oi was war denn das super Laser also die Analyse die haben wir immer noch oder jawohl okay ich will dich nur im Schockzustand wie jetzt danke und hoch mit dir so wo haben wir es wo haben wir es so kommt jose Mädels hau drauf was ihr könnt schau mal her Schockzustand ja der bleibt noch eine Weile hoch mit dir oh das finde ich so cool er kann gar nichts mehr machen nachsetzen ah das war von mir okay schon gedacht er macht jetzt gerade was aber nein schockzustand auf 700 oh my god that's awesome okay dreimal kann ich noch äh jetzt muss ich wieder aufpassen zeitiger bericht nein das war das falsche aber irgendwie hab ich so ein bisschen mehr Zeit ähm manipulatoren welcher verheerer das brauche ich laser kaskade nein hope ist mittendrin geschehen hope direkt da jetzt kommen beide schaden über anvisieren mit der fernigkeit nein nicht analyser ich hätte gedacht sie kann leben aber ist nicht der fall aua 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 okay hope ist tot äh nicht gut äh gegenstande phoenixfeder hope ich bauche dich bauche dich mein lieber oh mein gott das ist übel wenn er das macht das ist feiern jetzt wird fang so angegriffen okay okay so schockzustand ich muss jetzt ihn mal was zum teufel hör auf geh in die lufte okay hope heilung okay das heißt geheilt werden bitte oh mein gott hope ist so ein scheiß heiler das ist unglaublich aber er ist nicht mehr so lange komm schon komm schon zum glück ist fang gestorben das wäre böse rausgekommen schaffe ich es noch ich hoffe mal boah er ist tot er ist nicht mehr wir haben gesiegt schild talisman dämonen schwingen ja nicht schlecht hat sich gelohnt um operation nora didn't work out oh my you'll be okay i'll keep you safe lightning i me too i mean at least i'll try i'll try to watch out for you two don't forget about this one that one i'll be all right he's too stubborn to die knowing you'll always be welcome no matter how much has changed that's what having a home is all about okay sehr schöne musik ich liebe es schau mal nach vorne kommt schon wieder eine cutscene ja das ist ein bisschen doof ich will nicht in die cutscene danke das war sehr lieb von dir oh my god die frames sind wieder mal am boden so leute ich würde mal sagen wir machen beim nächsten mal weiter wir haben anscheinend hopes zu hause gefunden wir haben es erreicht wir haben es geschafft mal schauen was der vater dazu sagt aber das erst in der nächsten folge von final fantasy 13 bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen tag ciao leute